Ich bin unterwegs, aber ich weiß noch nicht, ob das richtig weg ist. Wo zagt es bei dir jetzt ane, Uff, wo wer ist? Ich bin auf dem Eroko-Pferd, zagt es gerade gar nicht da. Ah doch, jetzt zagt es ane. Es zagt Richtung Norden. Ok. Hä, jetzt zagt es. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Schau! ja ja genau unter uns in einem gelben bereich ist wieder der eingang finde da gibt es dann der friedhof da bin ich ja schon mal hinein genau hier stand gerade ja 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 sehr in der sonne gestanden ziemlich ziemlich sehr in der sonne hat am schluss haben wir schon 100 damit gemacht ich dachte auf dem friedhof ist es schön dunkel die trauerlilien tun wir alle mitnehmen da haben wir nicht so viele ja Nice Ja, da oben Chillt der Der Nikolaus Verzaubertes Gebräu Ah Kill mir nur schnell voll Ja, dann Wir müssten welche herbringen Und jeder Millimeter zählt Nikolaus Was are you? Machst du deine Ult endlich auch? Oder nicht? Nein, nein, nein Schon gewusst, dass er nicht stillhebt Oh, der macht ordentlich Wenn er mal trifft Ah, man kann's blocken Nice Wohin? Oh, jetzt da Ohööööööööööö Au, okay. Ich frisst gerade alles. Irgendwie hat das trotzdem damage gemacht, obwohl ich es blockt habe. Okay. Wie viele. Das ist eine riesige Bombe, alle. Ja, das ist ein Cent gelegt. Ja, das ist ein Fieber. Naja. Spain to win! Oh, oh. Hoppa. Mach, komm ich zum. Nein, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ja, ich bin tot. Es ist durch alles durchgeflogen mit Hoff. Eigentlich ist es nicht mehr so, dass ich das ausgabe. Oh, Alter. Ja, Gott, ich bin nur tot. Ich habe es gesehen. Ich bin nur durchgeflogen mit Hoffnung. Ich bin nur gerade. Äh. Ai, 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 ai. Ah muss man nur müssen sehen die kohle ein prozent neun prozent drei prozent werden alle nix das wollte ich gar nicht aber gut was für gebiet laufen oder durch oder 50 prozent schurke und hängt er hängt so dass sie nicht richtig attackiert kürzer 9 prozent wenn es brosch Und passt schon. oder zwielichtige händler ist da hauui er hat seinen oberen gefährdet Immerhin ist da noch alles tot. Ich bin nach hinten gestorben. Nimm einfach mal irgendjemanden ruf. Aha, jetzt hat der Mietchen Bail. Das ist gut. Ich hoffe, es wird mir gefallen. Ich habe das Gefühl, da kommen immer neue aus. Die lästigsten sind die Feilschützen im Hintergrund. Ja. Ich will nicht loswerden. 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 Ich habe jetzt ein paar Treppen herum, aber das müsste… JA! Das ist explodiert! Er hat mich töttet. Die stand auf der Treppe. Das ist eine riesige Hitbox. Das ist da, wo das Teil gerade auch nicht gegangen ist, dort haben wir die explodieren. Jetzt haben sie mich getroffen. Nein, das hätte nicht runtergegangen. Das hätte nicht runtergekommen. Ich habe ihn nicht getroffen. Nein, hinter mir ist gerade ein Pfeil von dem Skelett unter mir, ist gerade ganz dubios auf der Kudde. Okay. Oh, ich weiß. Wild, wild, da kann man noch ganz viel zusammen mitnehmen. Haben wir den gelernt. Ja, das ist das, was wir gelernt haben. Genau, ja. Und einer, auf zurück. Genau. Genau. Okay. Ich bin fast Körling. Ich auch nicht. Wo da hinten wirst du leider nix aussaugen können. Nein, doch nicht. Hauptsache jetzt ist wieder ein jähriger Müll da gespawnt. Ich muss schnell erraten. Ich muss schnell erraten. Ich habe den Schmiede Bodenbelag. Den haben wir schon, oder? Nein, ich glaube nicht. Stimmt, den haben wir noch nicht. Und das ist der für die Schmiede. So ist der Schmiede Bodenbelag. Ja. Sehr gut. Sehr dubios. Ich habe eigentlich nicht gemeint für... Danke, dass du mein Pferd nimmst. Ich habe natürlich nicht gemeint für die Schmiede, sondern für unsere Schmelzöfen, die wir... die so langsam sind. Ich spiele die Pferde auf den Arsch zum Knallen. Nein, das ist egal. Boah. Das ist irgendwie was drauf. Den aber... ... hätte ich die zu Rechenschaft gezogen. Ich finde die Speed vom Pferd echt angenehm. Ja. Dann bist du so viel schneller, weil du die ganze Zeit leer hast. ... oder wenn du das Druck schaust. Oder wenn du da... ... deiner Feuerebene ausweichen musst, die hinter dir nachschießen. Nein. Na. Come on. So scheiß Viecher. Ja. 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 Das war's für heute. Also. Oh, er kennt den Hammer auch noch. Schmiedebodenbelag. Okay. Nice. Oh, voll egal eigentlich. Ja, das Spiel hat er zum Kämpfen. Ja, ich glaube auch. Jetzt habe ich aber das Schmiedebodenbelag erforscht und habe trotzdem nur das Buch in der Hand. Aus dieser. Da muss halt eine. Was ist da? Hallo. Miedebodenbelag ist. Teuer. Was steht der? Ja. Oh, Kupfer dabei. Nice. Ja, aber der rentiert sich ja nicht. Studiert. Ah ja. 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 Da. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018